Du verkanntest in der Rückhand oft den Ball oder triffst ihn gar nicht erst? Dieses Video kann dir vielleicht helfen. Viel Spaß! Häufig sehe ich Spieler, die beim Rückhand-Tops für den Schläger unfassbar weit geschlossen haben. Dadurch ist unsere Trefferfläche sehr, sehr klein, wodurch es unglaublich komplex wird, den Ball optimal zu treffen. Hier mal zwei Ausschläge aus zwei verschiedenen Schlägen. Wenn du also häufig verkanntest, probier gerne mal aus, deinen Schläger weiter zu öffnen. Achtung, das fühlt sich am Anfang sehr komisch an, kann aber effektiv sein. Also nimm dir ruhig Zeit, üb das Ganze ein bisschen und probier es aus.